Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem weiteren Übersichts-Video der Köln-Karte. Ja, das wird wahrscheinlich ein eher kürzeres Video werden, denn ich habe beispielsweise die letzte Woche komplett an Rhein-Ruhr weitergearbeitet und das meiste ist ja dann in den Livestreams entstanden. Ja, deshalb einige werden es wahrscheinlich schon kennen, aber für die, die die Livestreams nicht anschauen können, ist hier wie gesagt ein kleines Übersichts-Video. Ich möchte kommende Woche wieder mehr an Köln arbeiten und Rhein-Ruhr mal ein bisschen wieder nebenan stellen, denn ich habe jetzt eigentlich das, was ich auf Rhein-Ruhr gemacht habe oder machen wollte, habe ich jetzt hingekriegt. Das heißt, da ist mal wieder ein Kapitel abgeschlossen und dann kann ich mich wieder an Köln setzen. Aber ja, wir schauen mal hier nach oben. Hier ist das Kreuz Köln-Ehrenfeld entstanden mit unglaublich vielen Brücken, Straßenüberführungen, sonst irgendwas. Und ich war gerade dabei, hier das Betriebswerk Ehrenfeld zu bauen und habe da halt erstmal nochmal ein bisschen recherchieren müssen, welche Züge ich hier reinstellen muss, welche Länge die haben und so weiter und so weiter. Und da ist mir dann auch tatsächlich aufgefallen, dass diese Gleise hier etwas falsch liegen. Also die müssten eigentlich, ich habe es dann nochmal nachgeschaut, also dieses äußere Gleis, das müsste irgendwie so liegen. Also ein bisschen flacher. Und vor allem weiter Richtung, also rechts, weiter rechts, damit ich hier genügend Abstellgleise produzieren kann. Denn man sieht hier, hier ist eigentlich die Lagerhalle und hier sind eigentlich 10 Gleise nebeneinander, neben der Lagerhalle. Und da kriege ich jetzt maximal, ja, 5 bis 6 Gleise hin. Ja, ist die Frage, entweder stauchen wir hier das Betriebswerk ein. Das heißt, ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig, wie ich jetzt da verfahre. Oder ich baue diesen Ascht hier, diesen Gleisascht nochmal neuer, wie gesagt, ein bisschen flacher reingehen. Und damit einfach mal, damit einfach ein bisschen mehr Platz da ist. Aber das werdet ihr dann im nächsten Übersichtsvideo sehen. Ja, und weshalb ich überhaupt hier meine Informationen sammeln musste, weil ich muss ja Doppeltraktionen ICE3 hier in das Betriebswerk Ehrenfeld reinbekommen. Und das reicht mir gerade so, wenn man jetzt hier das äußere Gleis verwendet, ja, irgendwo hier hinten ist ja dann Gleisende. Kriege ich dann gerade so hier meine 400 Meter rein. Und davon habe ich drei Linien. Das heißt, ich bräuchte eigentlich drei separate Gleise. Also drei separate Abstellgleise mit 400 Metern. Und wie ich das bewerkstellige, weiß ich aktuell noch nicht. Entweder ich muss hier Ehrenfeld, wie gesagt, die Stränge ein bisschen umbauen. Oder es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Sagen wir mal so. Weil die Map ist ja immer noch nicht eins zu eins. Deshalb müssen wir da trotzdem ein bisschen was, ja, in Kraft nehmen. Dann haben wir hier hinten die schöne alte Bogenbrücke aus Stein. Ich habe keine Ahnung, warum hier überhaupt eine Brücke ist. Fragt mich nicht, die ist da einfach. Dann haben wir hier eigentlich Unterführungen, auch mit Bogenbrücken. Aber da habe ich mich letzten Endlich für einen Tunnel entschieden. Weil ich hier auch diese unterschiedlichen Steigungen in den Gleisüberführungen habe. Und da habe ich dann einfach gesagt, nee, ich baue einen Tunnel unten drunter. Falls ihr sagt, nee, da soll jetzt wirklich eine Bogenbrücke drunter, dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Und vor allem auch, wie gesagt, wir haben hier ein gerades Gleis. Dann haben wir hier ein Gleis, das nach unten sich senkt. Dann haben wir hier oben die S-Bahn-Gleise, die beide auf verschiedenen Leveln sind. Also das abzureißen und dann nachher genauso wieder hinzukriegen, das ist echt schwierig. Echt schwierig. Aber ja, dann haben wir hier hinten die brutalen Überkreuzungen. Ich habe sowas eigentlich noch nie gesehen. Also wir haben auf der Ebene hier die Fernbahn. Fern- und Regio-Gleise. Dann haben wir hier oben nochmal eine Etage höher, die S-Bahn-Gleise. Und eine Etage weiter unten, die Güterzüge. Und vor allem das hier, das war sehr lustig zu bauen. Denn ich hatte hier die zwei oberen Gleise liegen und dachte mir, hm. Wie kriegst du denn jetzt bitte hier unten entlang die Gütergleise? Weil ihr könnt euch das gerne mal auf Google Maps anschauen. Auch hier mit diesen Halbbögen, das sieht auch in Wirklichkeit so aus. Also da habe ich wirklich immer streng drauf geachtet, dass das einigermaßen stimmt. Was nicht stimmt, ist hier diese Wand, die geht eigentlich so hier schräg nach unten. Ich habe aber mittlerweile, oder ich habe bislang noch keine schräge Wand im Transportfieber gefunden. Ja, deshalb entweder mache ich oder modde ich die mir mal irgendwie selber mit Hilfe von Fabi oder von ich weiß nicht wem. Oder ich muss mich einfach mit dem, ja, mit dem begnügen, was wir da haben. Aber, werdet man alles sehen. Wie gesagt, das ist alles eine unsichtbare Brücke hier oben. Gott sei Dank hat das funktioniert, weil die unsichtbare Brücke hat nur ganz Mini-Pfeiler. Deshalb können die das auch, deshalb kann ich die auch fast überall bauen, wo eigentlich so große Brückenpfeiler überhaupt keine Chance haben. Und dann habe ich es ausdekoriert mit Joffreids Modbox. Und ich finde, das ist ziemlich gut gelungen. Auch hier habe ich schön drauf geachtet, wegen der Bogenbrücke. Das Rot ist eigentlich zu heftig. Also, so rot ist es nicht. Das ist eher so ein Rosé, ah, nicht ein Rosé, hier ein dunkler, rötlicher Ton des Geländers. Aber, wie gesagt, man muss sich mit dem zufriedengeben, was man hat. Genau. Wie gesagt, Köln-Ehrenfeld wird dann in der kommenden Woche entstehen. Hier nach oben hat sich eigentlich nicht viel getan. Dann bis auf, ab Köln-Longerich, habe ich die restliche Anbindung gemacht. Hier hinten wäre eigentlich eine Hälfte von dem S-Bahn-Bahnsteig. Aber dann habe ich gesagt, ich lasse den weg, weil das bringt mir eine Hälfte. Kann ich ja nicht nutzen. Das heißt, hier geht es dann später in meine Wendeschleife, genauso wie hier, um die Züge dann dort abzustellen. Genau. Dann hat hier Tremoniacs die letzte Woche ein bisschen schon an den Straßen gebaut. Und ich habe hier, wie ich sehe, eine Unterführung für ihn vergessen. Das tut mir furchtbar leid. Das werde ich natürlich noch nachholen. Hier hat er ein bisschen an Longerich schon ausdekoriert. Ich denke, hier kommt ein See rein. Ich weiß es noch nicht. Vertieft ist noch nichts. Wir werden mal sehen, was hier reinkommt. Dann haben wir auch hier die Landstraße, die dann einmal hier unten entlang geht bis Ehrenfeld. Und das ist ja dann auch schon alles neu. Wir waren letztes Mal hier bis Haltepunkt Ehrenfeld. Da ist natürlich auch schon alles neu dazugekommen. Aber immer auch schön darauf geachtet, dass die ganzen Kurven und alles stimmen. Dann haben wir hier eine interessante Signalbrücke stehen. Wie ihr schon seht, die Signale sind schon alle platziert bis auf hier. Das habe ich, glaube ich, mal nachträglich irgendwie eingefügt. Nach dem kurzen Cut hier, weil das ganze Gebimmel ging mir auf den Sack. Auch darauf geachtet, welche Weichen natürlich hier neu gebaut worden sind. Die habe ich natürlich dann mit den Betonschwellen gemacht. Hier geht es dann zur Güteranbindung oder zur Hafenanbindung Richtung Kölnhafen. Der ist, Moment, der führt hier komplett. Hier ist Kölnhafen. Das heißt, die Strecke, die geht einmal hier komplett außenrum. Hier seht ihr sie. Führt hier oben entlang zum Hafen. Da wird es auch nachher viel Pendelverkehr geben. Denn immer mal wieder sind so ein paar Gleishafen drin. Einmal hier, dann irgendwo hier oben und vor allem auch am Hafen. Also das wird bestimmt brutal viel Spaß machen, das zu bauen. Aber es wird auch eine Heidenarbeit werden. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ah ja, ich sehe hier gerade. Hier hat er auch schon eine Strecke. Ah ne, das kann doch ich gewesen sein. Okay, das weiß ich gerade nicht. Dann ist hier die Autobahn. Ähm, Moment. Das ist, glaube ich, die Autobahn. Ja genau, die Autobahn 57. Die hier im Nordwesten Kölns anfängt. Und geht dann hier erstmal in den Tunnel rein. Und kommt hier hinten wieder raus. Das hat er anscheinend noch nicht weiter gebaut. Ähm, hier die ganzen Unterführungen bei Köln Ehrenfeld sind natürlich für ihn schon drin. Das haben wir uns geeinigt, dass ich die schon alle vorbereite, damit er schon die ganzen Straßen bauen kann. Hier habe ich mir das Gleis schon reingezogen. Das wird nachher vertieft werden. Denn das ist, wie gesagt, diese Güteranbindung, die ja einmal hier komplett durch die Stadt durchgeht. Das wird auch sehr lustig, denn hier kreuzt diese Güterstrecke die Straßenbahn. Und, was wir auch herausgefunden haben, oder besser gesagt, durch einen Zuschauer im Livestream, dass diese Güterbahn und die Straßenbahn teilweise die gleichen Schientrassen benutzen. Und da sind wir uns noch am überlegen, wie wir das am besten machen. Weil das soll natürlich auch so nachgebildet werden. Ähm, ich habe irgendwie im Kopf, dass es, glaube ich, ein Adapterstück gibt von Schiene zu Straßenbahnschiene. Ich bin mir da aber nicht sicher, ich will da nicht zu viel sagen. Ich habe nur irgendwie im Hinterkopf irgendeine, ja, irgendeine, so ein Mod. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt oder ob es den überhaupt gibt. Aber ich glaube, ich habe sowas ähnliches schon mal gesehen. Ähm, da sind wir gerade auf der Suche, den zu finden. Und dann wird es natürlich gehen, weil dann, äh, werden wir, äh, entweder die Straßenbahnen auf den normalen Schienen fahren lassen. Weil andersrum wird es wahrscheinlich kaum gehen. Bin ich mir ja gerade nicht sicher. Vor allem wird es scheiße aussehen. Das ist natürlich der zweite Punkt. Ja, dann haben wir hier, äh, Köln-Müngersdorf-Technologie-Park. Äh, genauso mit dem Köln-Ehrenfeld-Güterbahnhof. Das sind hier oben diese zwei Gleise. Und hier ist die Anbindung, oder besser gesagt, die Einführung der Gütergleise in die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Genau, ab hier geht es dann nur noch vierspurig aus der Map raus. Hier habe ich schon eine kleine Wendeschleife gebaut, denn ich habe unsere Testlinie schon weitergeführt. Die geht einmal durch den Hauptbahnhof durch und führt dann hier hinten entlang. Es sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Hier auch wirklich darauf geachtet, dass auch diese Unterführung so, äh, detailliert wie möglich nach dem Original aussieht. Und, äh, natürlich muss hier noch ein bisschen ausgeschmückt werden. Ja, hier dieser Hügel muss weg, auf der anderen Seite genauso. Ähm, ja, aber hier, Rheingold, falls du zuschaust, die Signal-Bucht. Klasse-Mod. Echt Klasse-Mod, muss ich sagen. Ja, was haben wir noch? Ähm, wir haben hier schon die Anbindung nach Köln-West, beziehungsweise Köln-Süd. Hier sehen wir Köln-West. Das war auch ein sehr interessanter Bahnhof, denn, ähm, das hier ist eigentlich alles Altbahnsteig. Na, es, äh, signalisiert hier mit diesem, äh, Bahnsteig von dem Bahnhof 1900 ist es, glaube ich. Ähm, da wurde die eine Seite hier modernisiert und der neue Bahnsteig hinten dran gehangen. Denn die alte Unterführung oder die, die, die Treppen, der Treppenaufgang ist hier hinten. Das heißt, die Leute müssen hier erstmal über den alten Bahnsteig laufen zum neuen. Denn auch nur hier an dem, an dem neuen Bahnsteig halten die Züge. Das ist, es sieht sehr lustig aus. Das müsst ihr euch mal bei Google Maps angucken. Genau, hier ist dann auch der Güterbereich Köln-West. Und, äh, hier habe ich dann schon ein bisschen weiter gebaut. Hier wäre Köln-Süd. Das wäre dann der nächste Punkt zum Bauen. Und da ist dann auch die Güteranbindung über die südliche Rheinbrücke. Die hier einerseits nach Kremberg geht und hier einerseits nach Köln-Kalk. Ähm, dann hätten wir eigentlich schon eine Rundlinie für die Güter. Aber ich weiß nicht, ob ich den, ähm, gleich schon einfüge oder nicht. Hier wären auch normalerweise zwei Einbahnstraßen. Aber da es leider keine Einbahnstraßen in Transportfever gibt, müssen wir uns, wie schon oft genug gesagt, mit dem Vergnügen, was Transportfever uns hergibt. So, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Video schon gesagt habe. Aber auch hier die, äh, Anbindung von Drostdorf nach Bonn wurde fertiggestellt. Hier haben wir auch wieder eine Unterführung. Und dann haben wir hier den Haltepunkt, den ich immer vergesse, den Namen. Genau, das ist Friedrich Wilhelmshütte. Das ist ein sehr interessanter Name. Ähm, hier haben wir ein bisschen Industrie, die, ähm, Industrieanbindung haben. Ähm, da muss ich noch gucken, weil ich kriege diesen, äh, diesen Gleisradius nicht hin. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber hier ist so ein enger Gleisradius, der wird wahrscheinlich bloß mit 20 gefahren oder so. Ähm, entweder muss ich da, ja, die Common API installieren oder mir irgendwas anderes überlegen. Aber auf jeden Fall wird dann auch hier später zumindest mal ein Pendelverkehr stattfinden. Äh, dann habe ich hier die Sieg schon nachgebaut, auch mit der tollen Brücke, die wirklich nicht nach dem Fluss aufhört, sondern die geht noch hier über dieses, über dieses Flachland rüber. Da habe ich ja wirklich drauf geachtet, dass das so ist, ja. Man sieht hier die hellen Flächen. Das ist ein bisschen tiefer gelegt, etwa auf, äh, Wasserebene. Und, äh, das war mir natürlich sehr wichtig, dass auch dort die Brücke weitergeführt wird. Genau, dann haben wir hier noch die Anbindung, hier der letzte Haltepunkt, der direkt am Karten, am Kartenrand ist. Äh, haben wir hier Menden, ähm, die Güterzüge und alles andere wird da natürlich durchfahren. Hier hat er schon die Autobahn hergezogen. Ähm, okay, das ist ein bisschen zu hoch. Das kriegt man halt auch, also wenn die Gleise auf dem Niveau, äh, rüber gehen, dann, äh, kriegt man die Autobahn auch auf dem Niveau rüber. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, die sind, die Schiene und die Autobahn ist auf dem gleichen Niveau. Das, äh, da muss er sich drum kümmern. Genau, das ist, äh, so der aktuelle Stand. Köln-Bahn-Flughafen ist immer noch nicht gebaut. Das wird wahrscheinlich im nächsten Livestream passieren. Ähm, da könnt ihr euch schon drauf freuen, wer es sehen möchte. Und ansonsten, ja, auch in die Richtung möchte ich auch mal weiter bauen. Aber, ja, alles, alles, äh, oder eins nach dem anderen, besser gesagt. Genau, das ist, äh, die Übersicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.